dass man als Herrscher besser gefürchtet als geliebt wird. Mein Problem ist nur, dass du dich als furchtlos herausgestellt hast. Aber es gibt eine feine Grenze zwischen Heldentum und Dummheit. Indem du dich gegen mich stellst, neigst du eindeutig zum Letzteren. Igarna hat dich nicht zu interessieren! Nein! Die Reise endet hier! Jetzt!